Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 396. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Diese Woche war viel Arbeit, wenig Golf und auch noch Besuch. Ganz aufregend. Roddy war da, hat die Woche bei uns verbracht. Das war gewohnt entspannt. Wir haben ein bisschen zu wenig Pizza gebacken, merke ich im Nachhinein, aber auch nur ein bisschen. Aber insgesamt war das alles in Ordnung. Ich hatte ein bisschen viel zu tun. Ich hatte ja erwähnt, dass ich diese Dienstreise nach Helgoland hatte und dass da eben das sogenannte Wochenendjournal entstehen sollte draus. Und da war noch ein bisschen was dran zu tun. Textarbeit war soweit fertig. Bis vergangenen Montag habe ich die letzten Sachen abgegeben und dann ging es ins sogenannte Redigat. Hat also nochmal eine Kollegin drüber geguckt, noch ein paar Verbesserungsvorschläge gemacht. Wir sind dann nochmal sehr, sehr tief reingegangen. Das war anstrengend, weil wir dafür auch nicht ganz so viel Zeit hatten. Aber am Ende ist was rausgekommen, wo ich textlich schon mal sehr zufrieden war und dann ging es halt darum, für mich das alles so vorzubereiten, dass dann eine andere Kollegin und ein Techniker in Köln das fertig produzieren konnten. Das heißt, ich habe meine Texte eingesprochen, habe alles so vorbereitet, die einzelnen Takes geschnitten im Rohschnitt, dass die einfach ein bisschen Spielmaterial haben. Vorne und hinten noch ein bisschen mehr dran gelassen, als ich als normalerweise notwendig gewesen wäre und dann alles rüber geschickt nach Köln. Und das ging dann, ja musste bis Mittwoch alles da sein. Genau, das hat auch gut geklappt und dann ging es Donnerstag und Freitag waren die mit der Produktion beschäftigt und ich war halt hier so in Bereitschaft. Falls noch was gewesen wäre, was nachzusteuern gewesen wäre, dann hätte ich das noch machen können. Ja und das Ergebnis lief also gestern am 1. April morgens um 10. Das ist auch schon online, ist auch schon in der Gastauftrittskuration bei FÜT. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und wir haben das im Auto gehört, die Herzdame und ich. Wir waren nämlich zum Sendezeitpunkt auf dem Weg zu unserem Wohnwagen. Der durfte gestern am 1. April aus dem Winterquartier raus. Das ist eine Scheune, wo der drin steht und da ist es ja so, dass wir da im Winter nicht reinkommen, weil die halt so Tetris-mäßig alles zuparken. Dafür, dass die sich immer so ein bisschen anstellen, wenn man früher raus will als 1. April, war die Halle dann doch aber schon ziemlich leer. Vor uns waren noch zwei Leute, die ihre beiden Jollen rausgeholt haben, mussten wir noch ein bisschen warten, bis die aufgeladen hatten. Und dann konnten wir unseren Wohnwagen anhängen und da ist ja sofort Urlaubsfeeling. Also das ist so geil, den angehangen, haben den da vom Hof runterrangiert und dann waren wir kaum auf der Autobahn und ich dachte so, ja alles klar, wir können jetzt auch durchfahren bis Spanien oder so. Das fand ich total schön, weil also erstmal ist es halt einfach ein großartiges Gefühl, wenn man so den Wohnwagen im Rückspiegel hat, kommt sofort Urlaubsfeeling auf. Und dann war es auch noch so, dass halt nicht nur unser Hallenstellplatz gestern die Türen aufgemacht hat, sondern offenbar auch noch ganz viele andere. Also es waren wahnsinnig viele Wohnmobile und Wohnwagen unterwegs und wir waren kaum auf der Autobahn, da hat uns eine ganze Gang überholt. Also irgendwie drei Wohnmobile mit dem gleichen Stadtkennzeichen, dann noch zwei Wohnwagen mit einem anderen Kennzeichen hintendran, die aber auch alle irgendwie aus der gleichen Ecke kamen und die waren offenbar auf dem Weg nach Dänemark. Also das war einfach schön zu sehen und ich habe so richtig gedacht, okay, das wird eine richtig gute Saison, freue ich mich drauf. Ich werde viel zu erzählen haben im Camping Caravan Podcast und dann eben in Auszügen auch hier. Ja, dann bin ich jetzt gerade dabei, schrittweise auf Nextcloud umzusteigen. Ich habe gemerkt, dass ich mit ein paar Sachen im Augenblick so ein bisschen unzufrieden bin, zum Beispiel mit der Preispolitik von Dropbox, die ich bis jetzt immer sehr ausführlich genutzt habe, auch für File-Sharing von, also was heißt File-Sharing, also auch für den Austausch mit meinen Podcast-PartnerInnen, da haben wir uns ganz viel Kram vergleichsweise komfortabel hin und her geschickt und das ist jetzt etwas, was irgendwie immer schwieriger wird. Erstmal ist das Volumen ständig erschöpft, da muss ich immer so ein bisschen hinterher, weil ich halt auch den kostenlosen Account habe und scheinbar ist es so, dass man Dateien nicht mehr so einfach freigeben kann oder Ordner. Ich habe zumindest da neulich irgendwann Probleme gehabt und habe es dann halt anders gelöst und mir gedacht, okay, dann brauchen wir jetzt mal was anderes, gehen mal weg davon. Und ich habe vor allem auf meinem Webspace bei All Inkel unfassbar viel Platz. Da laufen bis jetzt nur die ganzen Podcast-Projekte drauf, das heißt, da liegen ein paar Wordpresses rum, der Server langweilt sich im Wesentlichen, weil so viel Traffic da zum Glück nicht drauf ist. Die Audio-Dateien liegen alle woanders und da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen Platz freigeräumt für eine Nextcloud. Die kann man mit wenigen Mausklicks da installieren, hat man keinen großen Stress mit und dann muss man sich einfach nur an das System gewöhnen. Das Dateimanagement, also es funktioniert ja so ein bisschen wie eine Dropbox in erster Linie. Das Dateimanagement hat für mich, das kannte ich schon, das hatten wir beim NDR auch, habe ich da auch ganz gerne genutzt und viel. Das ist insofern alles kein Problem. Ich werde jetzt noch, das irgendwie muss ich noch rausfinden, wie ich meine Fotos automatisch dort sichern kann, die vom Handy kommen, damit ich das auch aus der Dropbox rauskriege. Und ich stelle jetzt auch nach und nach die ganzen Podcast-Geschichten darauf um. Mal gucken, ob das klappt. Das muss ich jetzt für mich erstmal testen und ob das auch für die anderen funktioniert. Aber so ein paar Sachen mache ich dann. Da will ich einfach mal gucken, wie weit ich davon wegkomme, die Dropbox zu benutzen, ohne meinen Workflow zu stark zu stören, weil die Integration zu Auphonic ist dann doch ein bisschen einfacher mit der Dropbox. Aber da kann man eben auch Textdokumente anlegen und zum Beispiel einen Ablauf von einem Podcast skizzieren. Ich habe mir jetzt dann auch noch ein zusätzliches Plugin oder wie heißt es bei denen App, ich weiß nicht, installiert, nämlich DEC. Das ist ein Tool, mit dem man To-Do-Listen verwalten kann. Dafür habe ich bisher MeisterTask benutzt. MeisterTask ist ein bisschen nervig damit, dass die Leute eben doch auf die kostenpflichtige Version umsteigen sollen. Und es ist vor allem auch wieder so Software as a Service und ich weiß nicht hundertprozentig, wo der ganze Kram liegt. Also das sind Sachen, das sind nur meine Daten, aber es sind halt mal wieder Daten, die irgendwo auf irgendeinem Server rumfliegen, von denen ich im Zweifelsfall nicht weiß, welcher das ist. Und da ist eine selbst gehostete Lösung ein bisschen besser. Ich verzichte damit auf ein paar Funktionen, die ich beim MeisterTask haben könnte, die aber da kostenpflichtig sind. So ein paar Sachen, die mich halt einfach in der Bedienung noch ein bisschen nerven. Letztlich ist alles da, was ich brauche. Es ist halt nur anders. Ich muss mich also einfach ein bisschen umstellen. Geht alles. Ist alles nicht so wild. Und bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Dann habt ihr schon gemerkt, das Pottjournal ist neu. 1. April ist die neue Episode rausgekommen. Gab auch direkt mal einen höheren Zuwachs um 20 Prozent. Habe ich noch nicht rausgefunden, woran das nun lag. Also ich will mich jetzt aber auch nicht beschweren, wollen wir ehrlich sein. Es gibt tatsächlich relativ wenig Feedback auf die Folgen. Das ist mir aufgefallen. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde es einfach schön zu sehen, wie viele Leute, die ich jetzt auch nicht immer unbedingt namentlich kenne, die Beiträge teilen, den Teaser bei Mastodon insbesondere. Das freut mich einfach. Diese Episode wurde jetzt ein bisschen häufiger geteilt als die von vor vier Wochen. Das ist vielleicht schon der Grund, warum es dieses Mal mehr Downloads gab als mit den Themen von März. Ansonsten bleibt mir nur noch der Hinweis, Jörn Schaas Feiner Podcast geht ganz stark auf die 400 Episoden zu. Das heißt, wenn ihr euch berufen fühlt, beispielsweise Audiogrüße zu schicken, dann tut das gerne per Mail an omg400.jörnschar.de. Das kommt dann bei mir an und dann kann ich das in der 400 schön einspielen. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis er das tut oder bis eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas Feiner Podcast. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.